Hallo und herzlich willkommen hier bei Planet Coaster. Ja, ich wollte euch jetzt mal diesen Go-Kart-Sheet zeigen, wie man sein Go-Kart selber steuern kann. Also wenn man dann nicht so motorische Störung hat, wie ich wahrscheinlich. Dafür klicken wir erstmal die Bahn an und dann müssen wir hier oben eingeben, Bollard. So, und dann sollte das funktionieren. Und wenn ich jetzt hier wieder auf Play drücke und... So, das bin jetzt ich in dem Fall. Und ich gebe dann jetzt mal Gas. Bremse mal. Das bin ich. Also ihr seht, es geht tatsächlich... Ja. Es klappt nicht, also es ist nicht so... Ich kann nicht so gut fahren. W, A, D, S. Also S ist dann in dem Fall Bremsen. W ist natürlich Vorwärtsfahren und A und D sind natürlich links und rechts. Damit kann man das dann halt steuern. Oh, jetzt wird es über... Ich hab's befürchtet. Hilfe! Ja, aber man kann es tatsächlich machen. Also man kann also halbwegs Mario Kart spielen, wenn man will. Ja, genau. Hallo. Stell ich mal nicht so an, hier ist so gelöd. Ich bin auch nicht. Oha. Man kann sogar einen Crash bauen. Geil. Also fahren muss ich noch irgendwann. Das ist mein erster Versuch quasi hier. Oha. Ich hab's nämlich gerade selber im Forum gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier ranfahren muss, aber die Lichter sind ja grün, also kann ich wohl noch ein Röntgen fahren. Wir machen auch noch ein paar extra in der Augen Drehungen hier. Aber es ist doch echt lustig gemacht, das ist besser. Ja, irgendwie habe ich das hier mit Rechtsdrehung, ne? Wieso drehe ich mich denn dauernd noch rechts? Ja, winken wir noch mal ein bisschen. Ja, aber das ist schon witzig. Ja, so langsam werde ich auch besser, tatsächlich. So, jetzt muss ich hier aber, glaube ich, irgendwo ranfahren. Wo muss ich denn mal hier ranfahren? Da vorne. Bei dem Ding geht auch irgendwie der Saft aus hier. Ja, war auf jeden Fall witzig. Und das wollte ich euch mal gezeigt haben. Wie gesagt, Ballad oben eingeben. Und dann hier auf Kamera gehen und schon könnt ihr loslegen. Ja, sollte eigentlich normalerweise überall klappen. Ihr könnt es ja selbst mal testen und ich wünsche euch dann viel Spaß. Ja, und verabschiede mich von euch erstmal wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 СТ